Wo seid ihr? Der Bosmeer musste in das Bild gesprungen sein und hatte dann mit dem Echtfarbpinsel Wächter gemalt, um sich zu schützen. Brush of Truman. Bist du ein Cheater? Ich wusste, das Geheimnis meines Erfolgs würde eines Tages ans Licht kommen. Wenn ihr wollt, erzähle ich euch alles über den Pinsel. Nein, danke. Wie kommen wir hier raus? Unsere einzige Hoffnung ist, die gemalten Trolle zu besiegen. Sehr gut. Der Pinsel tauchte vor einigen Jahren im Besitz eines Künstlers auf, der im Arnesischen Krieg von 396 diente. Anscheinend war ein fehlgeleiteter Feuerball neben ihm explodiert und hatte ihm beide Arme gelähmt. Er war jedoch ein willensstarker Mann, der sein Talent nicht aufgeben wollte. Als gläubiger Anhänger von Die Bella flehte er sie an, ihm etwas zu geben, womit er sich erneut ausdrücken konnte. Sie erhörte seine Bitte und machte ihm den Pinsel zum Geschenk. Das heißt, die Pinselhaare seien aus Die Bellas eigenem Haar gemacht worden. Dieser Verletzte war mein Vater. Er hat den Pinsel an mich weitergegeben und auch ich werde ihn eines Tages an meinen Nachfahren weitergeben. Wollt ihr wissen, wie er funktioniert? Ja, wie funktioniert das? Nicht nötig, Bruder muss los. Nein, wie funktioniert das? Mit dem Pinsel kann der Künstler sich aus der Leinwand herausmalen. Es öffnet ein Portal, in das der Künstler eintritt, um die Dinge lebensecht zu malen. Der Maler muss lediglich den Pinsel in seinem Besitz haben, dann erscheint alles auf der Leinwand, was er sich vorstellt. Ich schwinge ihn natürlich trotzdem gerne. So komme ich mir mehr wie ein echter Künstler vor. Na, es ist jetzt wohl eh egal. Wenn ihr die gemalten Trolle nicht besiegt, bekommen wir den Pinsel nicht zurück. Gemalte Trolle? Die Trolle, die der Dieb gemalt hatte, scheint sich gegen ihren Schöpfer gewandt und ihn getötet zu haben. Er wusste nicht, dass der Pinsel auch Risiken hatte. Die Kreaturen treiben sich nun im ganzen Wald herum und in der Lichtung, wo ich arbeitete. Der Pinsel befindet sich bei der Leiche des Bosmerdiebs. Ich werde euch nicht helfen können, ich bin kein Krieger. Aber nehmt diese Terpentin-Flaschen. Sie können euch helfen, seht euch vor. Ich muss daran denken, die Trolle aus meinem Bild zu entfernen, bevor ich es fertig male. Und? Du magst mich auch nicht, also nicht so sehr. Seid vorsichtig. So, dann schauen wir mal bei Optionen. Trollt. So. Okay, Terpentin-Flaschen haben wir bekommen. Äh, die sind... Warte, jetzt können wir jetzt ein paar Trinken brauchen. Ich muss noch nur kurz schauen. Flachsamen. Können wir nichts mit anfangen. Äh, Hundsru... Nein, nicht... Äh... Verreißmittel verneicht. Okay. Nochmal hier zu den Terpentin-Flaschen. Nein, die sind nicht hier. Ja, hier. Ja, also. Alter. Nein. Äh. Fett des gemalten Trolls. Also, ich glaube, in letzter Zeit, als ich auf dem Leben gespielt habe, ist mir, glaube ich, aufgefallen, dass jetzt alles viel schneller geht. Ich kann das nicht mit euch nachher mal frustrieren. Also, ich glaube, also, er bewegt... Normalerweise bewegen sich, äh... Bewegt sich mein... Ja, mein Charakter. Das ist viel langsamer als jetzt. Ach. Okay, ich kann das... Vor allem auch die Wartezeit hat sich, äh... enorm verkürzt. Und, ja. Vielleicht kann ich es euch nachher mal zeigen. Wow, Alter, wo kommt der herher? Aaaaaah! Missionen. Ja, hab ich eingesammelt. Erstmal einen Heiltrank. So. Sehr schön. Kann ich es jetzt zeigen? Ja, jetzt kann ich es mal zeigen. Normalerweise braucht es, äh... Etwa zwei Sekunden, bis er hier eine Stunde rum ist. Aber hier gäbe es... Äh, ich... Gab mal... Ne, gab mal eine halbe Sekunde. Ich habe die Leicht des Diebs gefunden. Ich soll es hier nun... Nur nach dem Echtfahrt pinseln. Jäger und Kragenhemd. Lederbrust hanisch. Ein echter Lederbrust hanisch. Also, keine... Äh... Robot... Brust... Ja. Okay, dann zurück zu... Äh... Rüte. Huuuui. Eure Akrobatikfähigkeit... ...hört verbessert. Und wie lang brauchen wir denn noch ein bisschen aufsteigen? Ruhm 4, Infaminol... 13 aktive Missionen. Aufschluss. Und, äh... Ich habe mich, äh... Ja. Ich habe mich dafür entschieden, äh... Die nächsten... Die ersten Kinder anzufangen. Wow, shit! Bäh! Das war... Nein, nicht die Kämpfer ge... Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Nein! 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 Halt krank! Komm schon! Äh... Warte, Terpentin! Ich brauche Terpentin! Bäh! Bäh! Oh! Ui! Das... War knapp! Ja, und ich habe mich entschieden, äh... Die erste Gilde zu durchlaufen. Und zwar... Die Magier-Gilde. Ich finde, die Magier-Gilde... Die ist, äh... Die Quest-Sorts sind übertrieben nice. Und die werde ich... Auch, äh... So schnell wie möglich durchlaufen. Okay, dann erstmal zurück zur Güte. Die Sorts-Ton-Einsert ein bisschen mehr zurück. Das auch... Im Um Um-Hegen zum Teil. Die Sorts-Ton-Einsert ein bisschen mehr, Vielen Dank.